Warum verwenden Profis solche Knie-Tradiegummis und formen damit solche merkwürdigen Formen, um an ihren Zeichnungen zu arbeiten? Erstens, durch das Arbeiten mit dem Knie-Tradiegummi kannst du Formen erzeugen und radieren, die anders nicht möglich wären. Wie zum Beispiel diese leichten Auffällungen auf dem Pullover dieser Omi. Zweitens, der Knie-Tradiegummi klebt regelrecht und eignet sich wunderbar, um helle Lichtpunkte abzuheben. Drittens, du kannst ihn zu einem Messer formen und damit wunderbar Haare radieren.